Was gucke ich? Teil 2. Wir werden wieder kurz über Filme, Serien und andere Online-Medien reden, die ich jetzt für sehenswert halte, vielleicht auch mit Einschränkungen. Am Anfang nenne ich euch wieder bloß die Titel, weil dann könnt ihr es euch angucken oder nicht. Und ich werde dann über alles kurz auch reden. Bei den Serien sehe ich es so, dass der Inhalt der ersten Folge als Spoilerwarnung für mich spoilerfrei ist, wenn ich was darüber sage, bei episodenhaften Serien, da nehme ich mir einfach heraus, über eine Folge zu sprechen. Bei Filmen, wie immer, nur so die ersten 10 Minuten. Gut, also, eure To-Do-Liste. Ohne Einschränkung. Star Trek Lower Decks, The Sinner Season 2, Lupin mit sehr großen Einschränkungen, das waren Serien, der Film The Coldest Game und als Doku auf Netflix The Movies That Made Us und in dem Fall Stirb Langsam. Gut, fertig. Schaut das Video bis zum Ende an, aber mit zwecks der Werbeeinnahmen, weil ihr wisst, der Weltherrschaft und so. Aber im Prinzip, jetzt kommt bloß noch meine persönliche Meinung zu einigen Dingen und meine Einschränkung zu Lupin. Lupin. Ich kann kein Französisch, ich kriege den Namen nicht hin, sorry. Ich sollte Amerikaner sein, die sagen dann Lupin. Dann ist es wurscht. Gut. Fangen wir vielleicht gleich damit an. Das ist eine Gauno-Komödie. Könnte man meinen. Ist es auch irgendwie. Und sie bezieht sich auf eben diese genannte französische Figur, die wohl real existiert. Ist falsch, für die es wohl reale Romane gibt. War mir völlig unbekannt. Und Marcy spielt eben den Nobelgangster, der sich genau auf den L-Menschen da bezieht. Und das Ganze könnte ein sehr vergnügliches Abenteuer werden. Wir denken natürlich an Ocean's Eleven und Bezaubernde Falle. Bezaubernde Falle? Verlockende Falle mit Catherine Zeta-Jones ist auf jeden Fall viel mehr zu empfehlen als Lupin. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Ich gebe es auf. Ich kann kein Französisch. Haha. Witzig. Wo ist das Problem? Der Film kommt, die Serie mit den fünf Episoden kommt relativ leger rüber. Und man kann sie gucken. Das ist in Ordnung. Der Hauptdarsteller hat auch den Charme, der passt. Und die Handlung versucht halt krampfhaft, genial oder durchdacht zu wirken. Ist sie aber nicht. Sie ist wahnwitzig bescheuert. Es gibt eine Episode. Jetzt minimaler Spoiler, weil es ist zwar nicht in der ersten Episode, aber es ist zwischendrin. Da geht es um ein Beweis-Videoband, das er auf von mir aus seltsame Art und Weise kriegt. Und dann kriegt er das Angebot, dass er das im Fernsehen zeigen kann. Und das ist dann der Big Reveal. So. Jetzt passiert es aber, dass er tritt in einer Live-Show auf. Natürlich verkleidet. Erstmal denkt man sich, wie kommt es denn auf die dämliche Idee? In einer Live-Show wird wahrscheinlich kaum ein Moderator das ausstrahlen. Ohne das Band vorher angeguckt zu haben. Da kann ja alles drauf sein. Und natürlich wurde das Band manipuliert. Und natürlich gibt es dann ein Desaster. Das geht vollkommen schief. Heutzutage wird normalerweise so etwas online veröffentlicht. Dann geht man vielleicht danach in eine Live-Show als Interview. Also das ist ein Accident Waiting to Happen. Und natürlich auch hier auf der Logik-Ebene. Wie hatte der Bösewicht überhaupt die Chance, dieses Band zu editieren? Es war ja nicht gelöscht. Das wäre ja noch okay gewesen. Das Band war editiert. Und das hat mich irritiert. Aber das Ganze sollte wohl, so wie der Drehbuch-Post-It-Problem und Lazy-Writing. Sie wollten wohl zeigen, wie toll er sich wegschminken kann. Also wie toll er sich woanders hinschminken kann, dass er eben anders aussieht. Die Serie endet auf fünf Episoden, weil sie wohl krampfhaft von zehn, also in zwei Teile geteilt wurde. Sie endet eigentlich in einem großen Cliffhanger. Und der war sehr unbefriedigend. Deswegen würde ich sagen, eine Serie, die man gucken kann. Ich würde eher darauf warten, dass Season 2 released wird. Und es dann nochmal versuchen, aber eben ein verzweifelter Versuch genial zu wirken. Alternativempfehlung davon ist Leverage. Kriegt man glaube ich ganz schwer. Ist im Prinzip das, was ihr wollt, wenn ihr das angeguckt habt. Oder Hustle. Ich glaube beide habe ich gerade nicht auf Streaming-Diensten gefunden. Könnt ihr gerne unten in den Kommentaren korrigieren. The Sinner Season 2, bei Season 1 ehrlich gesagt, die habe ich gesehen, aber das ist schon wieder zu lang her. Sinner Season 2 ist eine der Krimiserien, die ich als harte Krimis einnorden würde. Norden eben gerade, weil viele von den nordischen Krimis sind so. Hier Teile aus der Episode 1. Es geht um einen Jungen, der mit einem Ehepaar irgendwo hin verreist. Und er vergiftet sie. Und es sieht auch ein bisschen unangenehm aus. Und dann denkt man sich, was? Das Episode 1 ist wieder so ein, ich baue das rückwärts auf. Warum ist das wirklich passiert, was wir denken? Hat er sie wirklich vergiftet? Oder haben wir das noch falsch verstanden? Oder falls doch. Warum? Und das Kind ist unglaublich gut. Der spielt die alle völlig problemlos an die Wand. Also, ganz, ganz große Empfehlung von mir. Season 3 habe ich noch nicht gesehen. Man muss aber immer dazu sagen, es geht ein bisschen heftig zu. Also, nur für die, die halt nur den guten alten Köster kennt keiner mehr von euch. Siegfried Lovitz, Köster, der alte, kennt keiner mehr. Egal. Und die letzte Serie, auf die ich mich wirklich gefreut habe und die ich auch gerne geguckt habe, und jetzt mache ich mich unbeliebt wahrscheinlich bei einigen von euch, ist Star Trek Lower Decks. Das ist eine Animationsserie, die auf den unteren Schichten, also den Lower Decks, eines Sternenflotten-Schiffes spielt. Und man könnte es ein bisschen einordnen in einer Mischung aus Rick and Morty und The Orville. Es ist teilweise subtil witzig, teilweise brachial witzig, auf mehreren Ebenen. Ich mag es, weil sich Star Trek da so auf die Schippe nimmt, wie sie es schon lang mal tun sollten. Es ist so eine Erlösung gegenüber Discovery. Es ist ja tatsächlich erleichternd. Man kann sagen, die eine Hauptfigur, Marina, 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 Beckett, Marina, Marina, wie auch immer, ist, Spoiler, die Tochter des Käpt'ns. Und sie ist mir sehr sympathisch, weil sie ist völlig nicht Sternenflotten-mäßig, aber sie löst die Probleme. Sie ist die einzige, die mit hochgekrempelten Ärmeln rumrennt und sich auch mal auf irgendeiner Besprechung, da wo man so diesen üblichen langen Besprechungstisch sieht, man sieht sie im Hintergrund gähnend rumstehen oder rumlaufen und und kann man jetzt nicht hier mal was Gescheites machen. Sie verarscht die anderen auch teilweise mit ihrer Prime Directive und so weiter und so weiter. Diese Serie brauchte einfach einmal diese Selbstironie. Ich denke, das ist ein Versuch, ob das klappt. Es klappt auch. Ob es die Fans wirklich überzeugen wird, kann ich euch nicht sagen. Mir hat Spaß gemacht. Ich kann auch in einer Folge ein bisschen tiefer abgleiten, und zwar, das ist diese, ich sage mal, Girlfriend-Episode, wo, ich glaube, Bäumler war es, plötzlich mit einem Mädel daherkommt oder erzählt, er hätte eine, und dann sagen alle anderen schon, die ist ja bloß eingebildet, das reicht bloß ein Hologramm, wie immer, das Übliche. Und ja, nein, 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 die ist echt. Und dann treffen sie sie und man denkt schon, wie geht es ab? Das ist Sci-Fi, das ist Star Trek. Da passiert jetzt irgendetwas, die ist nicht echt, das ist irgendwie ein Formwandlau oder sonst irgendwas in der Art. Ja, das verrate ich euch jetzt noch nicht, aber es endet tatsächlich so, wie es, soweit ich weiß, bei Star Trek noch nie geendet hat. Mir gefällt, dass ich alle Episodes, ich glaube, ich habe von Star Trek inzwischen fast alles gesehen, bis auf einiges von Discovery und einiges von Enterprise, im Kopf merkt man, ich kenne das Muster. Das ist irgendwo eine Episode, die ich kenne. Aber die biegen anders ab. Ihr könnt das eigentlich auch sogar schon am Vorspann ein bisschen beurteilen. Denn das Raumschiff der US Cerritos sieht man da wie, wie soll man das sagen, das sieht aus wie so ein Mahlstrom, der auf einem Planeten oder einem schwarzen Loch sich zubewegt. Und da kollidieren sie halt mit irgendwas und werden dann eigentlich mehr da reingetrieben. Aber auf dem ganzen Flug kollidieren sie noch, also kommen sie an einem Felsen vorbei, der unten das Raumschiff dann leicht aufreißt. Und man denkt, das ist ein bisschen wie Voyager vom Setup und vom Sound her ist es aber nicht. Sie landen dann plötzlich in einer Szene mit einem Borg-Kubus und der Borg-Kubus, der feuert einen Laser auf sie ab. Und dann denke ich, da fahren wir lieber gleich weg. Also fliegen wir lieber gleich weg. Also sind ziemlich deutlich auf der Flucht. Und etwas später sieht man sie dann so durchs Bild fahren mit irgend so einer hinten an den Bussard-Kollektoren mit so einer Armmöbel hängen. Also leid. Ihr habt es von vorn bis hinten gesehen. Ich würde sogar sagen, die letzte Episode war für mich die beste. Ich sage nicht warum. Da meiner Meinung nach, dass es keine durchgängige Handlung hat, könnte man auch, wenn man die Serie zusammenfassen will, auch nur erst einmal die letzte Episode gucken. Wenn die euch nicht gefällt, vergesst den Rest. Ansonsten könnt ihr weiter durchgucken. Filme. Filme, für die es nicht für ein Review gelangt hat, ist The Coldest Game mit Bill Pullman. ist kein großer Film, ist ein netter kleiner Film. Da geht es um einen Schachgroßmeister, der in die Wirren des Kalten Krieges gezogen wird. Er soll einen anderen ersetzen, weil es da im Feindesland um den Austausch von irgendwelchen, im Detail möchte ich euch jetzt nicht zu viel verraten, Geheiminformationen geht. Der Film ist, ich weiß nicht, er ist menschlich. Er ist nicht so überzogen. Er hat mich interessiert, während der Zeit, wie er lief. Es ist keine unglaublich große Story, aber eine nette Story mit Twist hat mir gut gefallen. Dokus. The Movies That Made Us. Das ist eine Reihe, wo es um Filme geht, die wir alle kennen, aber bei denen wir die Hintergründe nicht kennen. Und da geht es im Speziellen um Sterb Langsam. Ein Film, den wir wahrscheinlich alle schon bald auswendig aufsagen können. Aber ich wette, ihr wisst nicht, unter welchen Umständen der Film gemacht wurde. Dass Twist Wildes auf keinen Fall die erste Wahl war, wie viele Schauspieler den Film abgelehnt haben, die jetzt heute vielleicht sogar noch ein bisschen besser dastehen würden. Und was es insgesamt so für Schwierigkeiten beim Dreh gab. Gut, das war so meine Was-gucke-ich-gerade-Aufschnitt-Ansicht. Wenn euch das Format interessiert, machen wir so weiter. Ich würde das weiterhin so lassen, dass es hauptsächlich aus Filmen besteht, wo sich ein Gesamtreview einer großen Länge nicht lohnt, aus verschiedenen Gründen, ohne die ich keine Zeit habe. Im Prinzip so ein bisschen ein kuratives Was-könnt-ihr-jetzt-gucken. Schreibt doch mal eure Meinung unten in die Kommentare. Wir sehen uns dann beim nächsten Video. Alta Vista, I'll be back.